Hallo meine lieben Freunde und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, hier spricht euer Black Dye LP und ich hab schon wieder keine Ahnung. Ah, da, 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 okay, wir haben 10 vor. Ja, wir waren das letzte Mal damit beschäftigt. Ja, wir kamen das letzte Mal aus der Hülle raus. Wie wir sehen, oh, da ist ein Schaf gerade, zack. Hier war die Wolle mit. Gut, das Schaf ist auch fertig, nehmen wir auch die Wolle mit. Und unser Kürbis ist fertig. Zack. Ja, da ist der erste Kürbis fertig gewesen. So, kaputt. Ähm, nehmen wir mal die Samen eben hier hin. Das ist auch fertig, können wir auch kaputt machen. planten, planten, planten. Und dann haben wir zwei. Oh, zwei? Oh, cool. Ach. So, die hab ich gegeben. Nein, Kuh, du nicht. Schäfchen hier. Ey, ihr sollt jetzt vögeln. Die vögeln nicht. Würde Kuh. Oder doch. Doch, da haben sie gevögelt. Oh, wie putzig. Schaf, geh weg. Oh, du hast noch keine Wolle. Oh, wie putzig. Putzig. So, unsere ganzen Sachen hier sind weg. Fujikato. Hasta la vista, baby. Die habe ich nämlich umgeladen. Kuh weg. So. Da oben sind verwertbare Sachen drin, die man benutzen kann zum Anpflanzen. Ja. Und hier sind unsere Essenssachen drin. Und da kommt natürlich der Kürbis rein. Ja, den können wir zwar nicht essen, aber... Ja. So, äh, Knopp. Da. Nicht draußen. Jawohl. Gut. Ähm, ah, das ist schon das Nächste fertig. Zack. Den Samen platzieren wir. So, ihr habt gebummst. Ihr kriegt nichts mehr. Zack, das da rein. Tisch. Ey. Ey. So, nicht. Türchen auf. Äh, gibt's denn sowas? Komm, geht man raus und will die Sachen wegbringen, kommt hier der nächste Kürbis. Kommt, nehmen wir den jetzt. Tja. Dann packen wir den so da rein. Ja, dann war das jetzt erstmal schon der Ernteanfang. Und der hat uns lockere drei Minuten gekostet. Da unten gehe ich jetzt nicht hin. Da unten haben wir Kohle. Und hier will ich jetzt auch erstmal weiter ausbauen. Aber mehr gesagt, hier eben die Kohle abarbeiten. Weil Kohle können wir immer gebrauchen. Also, lustiges Abernten ohne lästige Viecher diesmal. Einfach nur schönes Minecraften. Ja, ist das nicht schön. Nicht stört uns. Wir können nur schön Minecraften. Geben uns müssen wir hier hoch. Ja, das ist doch angenehm. Nicht so wie in die Höhle reingehen und alles abmetzeln. Und weil ich vorhin mal ein bisschen rumgeluchig habe... Ein bisschen scharf. Wir haben auch noch einen Gang. Scharf schlapp ich nicht. Tada. Scharf, 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 scharf. So. In den Gang verschwinden wir jetzt mal. Was sehen wir da? Eisen. So schön ist Eisen hier, das darf man nicht liegen lassen. Schön ist Eisen, Erz. Zack, zack, zack. Schön, oh, und ein noch Gole. Schön, Gole. Zack, zack. Hoch abgeerntet. Da ist keine Kerüle. Da ist das Kerüle. Da ist das Kerüle. Keine Kerüle, keine Kerüle. Sorry, Gronkh, wollte ich nicht. Nein, tschau. So. Haben wir es doch, ne? So, und hier haben wir Sandstein. Ja, so. Das war jetzt erstmal das hier. Jetzt haben wir hier auch mal eben die Sachen alle abgeerntet. Hopp, 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 so. Als nächstes wollte ich eigentlich den, das Gemüsebeet bauen. Da setzt das Ding da hinten weg, damit wir ordentlich Anpflanzung hier, alles mögliche haben. Demnach habe ich gesagt, das Stückchen reicht hier. Deswegen werde ich einfach hier zaun, hier zaun, hier zaun und dann da lang zaun machen. Ah, das können wir auch eigentlich jetzt mal eben machen, oder? Oder, oder, ja. Ein, zu. Da werde ich dann auf jeden Fall eine Druckbladde hinmachen. Damit ich da lockerflockig reinkommen kann, will ich hier nicht lockerflockig abhauen können. Schaf, gib mir deine Wolle. Gib mir deine Wolle. So. Haben wir immer noch keinen Lapis. Ich will nämlich Lapis haben, und dann die Wolle anfärben. So, ei. Ach, was mach ich denn hier? Zack, zack, so. Kies kann rein, die Steine können rein. Die brauchen wir, und das brauchen wir. Ähm, und das können wir reinhauen. Hier haben wir, oh, jetzt haben wir die ganze Kohle aufgebraucht, da. So, und die Kohle kann da rein. Ähm, so ein Knochen können wir eigentlich mal zu Knochenmehl verarbeiten. Dann schnappen wir uns mal die hellgraue Wolle. Gehen an eine Workbench. Machen daraus. Ähm. Ja. Kann ich die Schaf damit füttern? Oh, lol. Das ist ja mal geil. Dann brauche ich ja nur ein Lapis, und dann könnte ich... Aha. Okay. Also mit Dauerwolle können wir also... Aber wieso geht denn das nicht? Das hab ich da... Das geht doch auch mit Lapis. Da kommt nix. Das ist scheiße. Gut, dann lassen wir die erste mal drin, die können wir da reinpacken. Und das können wir noch ein Mail packen, aber noch da. So, der Ofen ist auch fertig. Dauerwolle... 6, 2, 3, Dauerwolle... Jetzt sind wir schon mal Stufe 8, so. Juhu. So, ein kleines Schäfchen ist da, das ist schön. Äh, nein, ich würde mich ein bisschen abhauen. So, dann schnacken wir uns mal den Zaun. Ja genau, ich wollte den ja hier hinten anbauen. Da kommt ein Türchen hin. So, 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 Moment, Türchen gucken. Okay, sieben Minuten. Ja, weiter geht's. Nein, das war zu viel. So. Ja, mehr geh nicht. Dann machen wir was anderes, dann machen wir was anderes. Also heute nur Gewirrlwarrl. Wir buddeln uns hier nach unten. Ich will nämlich endlich Dias finden. Das machen wir jetzt aber diesmal ohne Monster. also mache ich einfach eine Treppenform nach unten la 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 ich hab mir noch zwei Stück mit einfach mal treppenartig nach unten buddeln bis wir irgendwie irgendwo ankommen aber the faction nicht vergessen aber diesmal ist ohne Monster heute mal ein bisschen in die Erde reinbuddeln ohne Monster ist ja wohl nicht so schlimm einmal oder Fackel und auf der 4 vielleicht kommen wir unten noch einen Bedrock an und finden wir auch nix aber dann buddeln ich mir das ein bisschen den Bedrock zusammen hehehe einmal die neun platzieren und wieder vier ich hab auch gehört dass Slimeys oh da ist Eisen Slimeys nur ganz nur unten bei Bedrock ähm spawnen oh da ist Erde ah einsammeln ne können wir auch hier eine Faction hinsetzen vielleicht geht auch schon die erste Spitze kaputt hier ist irgendwo eine Höhle das hat mir grad dieses Geräusch gezeigt und siehe da wir sind in einer Höhle bei Stoß dahin ne das ist aber Eisen Fackel hinsetzen na was hat zu machen jetzt mal mehr Eisen und Kohle ganz viel Kohle ich hab jetzt keine Stickies mitgenommen Scheiße ich hab jetzt Dickies mitnehmen sollen fuck fuck noch mehr Eisen für das Eisen da so ich hab jetzt Dickies mitnehmen sollen hätte ich Fackel craften können boah das ist hier ein richtiges Paradies ich glaub nur eine Fackel hier setzen kann ich hier auf jeden Fall schon mal die Kohle ab kohle ist hier so verteilt geläst ach da muss auch noch kohle jedes Erz kann man oft genug gebrauchen am meisten natürlich Dias vielleicht kann man dann schon bald in den Nether so die schönen nether Steine holen und daraus nether Ziegel machen jetzt noch mehr Kohle oh Stufe 19 was doch das und hier auch der ersten Dorn so hat sagt dann noch mal eine Höhle weil ich extra mehrere gemacht bin ich klug gewesen heute huuu huuuu hoppla hier geht's auch weiter und bleiben erstmal der Drogen bei unserem Lischen schicken das ja noch mehr Kohle 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 aber leider keine Diener oder irgendwie Smaragd oder Gold das kann man eigentlich aus Smaragd machen, nix, ne? Nur Oh, Stufe 20. Ich glaube, wenn man NPCs findet, dann können wir damit handeln oder so, glaub ich. Aber groß kann man mit dem Markt nix anfangen, ne? Nur Blöcke herstellen. Oder braucht man zum Markt für irgendwas? Falls ihr wisst, wofür man zum Markt gebrauchen könnte, treibt's mir in die Commons! Äh, hier irgendwas? Guck mal gerade, dann braucht's einer hier. Nein, hier ist nix. Hier ist nix. Ja, dann würde ich schauen. Gehen wir doch und... Nehmen wir hier die Fackel. Stellen wir einen hier hin. Seine Fackeln haben wir noch. So, wenn hier jetzt auch nix ist, ne? Dann... Scheint auch nix zu sein. Tja! Dann nehmen wir hier die Fackel mit. Und die Fackel mit. Hier sind alle Gänge ausgeschöpft. ... Das ist... Da geht's wieder nach oben! Ich will nicht... Ich will nicht nach oben. Da gucken. Aber hier ist sowieso nix. ja dann wurde immer weiter unseren gangen dann Prozent liebe Fackel tschüss aber wenn es nicht wieder fünf dann geht sie dann in unseren Gänischen hier ne zack 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 zu hier gab's nie einen Gang Kacke tschüss das war jetzt mal boah ich dachte schon da wäre was so ähm zu 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 ey zu zu äh so Perfekt so ich will jetzt mal hoffen hier ist nichts mehr und da geht es runter wenn ich den kaputt oh dann das war demselben Scheißding wie gerade eben ähm Scheiße egal wir buddeln uns runter haben wir gesagt ich will hier erstmal die Erde wegschaufeln den Weg zu machen können wir noch später ich will hier erstmal die Erde wegschaufeln aber was sie hier brauchen wäre eine Fackel d d jetzt hab ich die Fackel kaputt gemacht ey so d Prozent Dornen und Dornen so wie viel haben wir denn Aachen schon sind schon oder Moment muss eben kurz rechnen Reisen 50 Jahre bis 16 nach dann sind wir schon drüber damit es aber 20 Minuten ich will jetzt bis zum Erdboden kommen und ja Leute ich hab's gesehen da ist ein so ich muss dafür beten dass hier jetzt nicht irgendwie Lava kommt oder so da seht ihr das es ist Redstone wir haben Redstone gefunden da ist auch keine Lava dahinter da auch nicht da ist auch keine Lava ach du Herbert hier auch kein Lager da ist auch keine Lager da sehe ich jetzt auch keine Lager hier auch nicht da ist auch kein Redstone mehr oh wir haben endlich Redstone gefunden Redis ja wir haben Redstone gefunden das haben wir schon mal jetzt fehlt mir nur noch ein Erd was ich unbedingt haben will wir haben nur noch eine Fucke und da es jetzt schon wieder dunkler wird 9 setzen wir die natürlich hier hin und was sehen meine Augen da Bad Rock also wird das hier unsere kleine Ausgrabungsstätte vielleicht finden wir irgendwie einen Hohlraum wo schon Slimeys gespawnt sind aber das Bad Rock ist echt schlecht verteilt also wir haben das Ende der untere Mett erreicht soll jetzt geht es nach oben das dürfte alles leicht miterlebende denn 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 wir haben ob es die Woche ob es die Woche und ob 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 die Freiheit die Tüftel die n die schien ja wir sind wieder oben er will nicht das machen was sie machen wollen das ist schon wieder ein Kürbis fertig nicht auf Schäfchen gib mir deine Wolle Schäfchen gib mir deine Wolle Schäfchen gib mir deine Wolle! Unser Jungtier ist groß geworden ooooh putzig so das war jetzt dumm das können wir kaputt machen das und das oh da ist es reingefallen oh nein jetzt hab ich den Kürbis kaputt gemacht kacke ich hasse das wenn man springt und dann gehen die anderen Sachen auch kaputt Kürbis kommt da hin da 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 und so ist das ok die Kürbis hat schon jahre wir wollen hinterlassen gib mir Wolle Wolle so das Essen kommen die Essen Sachen kommen natürlich wieder uns hier rein ach jetzt reich wieder so das kommt da rein äh der Kürbis kommt da rein und wir haben 36 Redstone mhm schlecht so da kommen die Sachen rein dann hätten wir das auch hoch so so da können wir wieder draus gehen unsere Schlafgemacht mein Schlafgemacht mehr gesagt und hier die Sachen einordnen Pflastersteine Pflastersteine Wolle Erde 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 so mehr kommt hier nicht rein da kommt jetzt erstmal mehr Kohle rein Eisenerz da 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 so und hier kommen Redis die Spinnenfäden müssen jetzt leider weg und wir brauchen ein Redstone und vier Eisenbahnen erfahrene Minecraft da wissen nun was ich vorhabe ich werde mir das Lieblingsutensil eines Minecraft das machen den Kompass so aber er zeigt auf jeden Fall zu meinem alten Spawnpoint ja kacke da müssen wir bald Fackeln legen weil falls wir sterben kommt dann mein Bett drauf aus oder ja so was wir auch machen werden sind erstmal hier die Glockenze hier drin haben erstmal wieder Fäckchen nehmen dann nehmen wir die 39 oder wie viel Kohle haben wir da noch drin ja so Kohle rein und holen Kohle raus halbieren packen Kohle wieder rein schnappen das hier Kohle Stickies und Fackel so zum Schutz mehr gesagt zum Gucken für die Dunkelheit wenn wir es erreichen da waren die Stibis die Stibis kann nach da die Treppen nach da die Tür nach da so das ist ein bisschen aufgeräumter ähm da hier ähm bis da rein und gehen wir wieder zurück das war ein LKW falls ihr ihn gehört habt so jetzt warten wir noch eben bis das fertig ist in der Zeit kann ich mich schon verabschieden ja Freunde Dankeschön fürs Zuschauen das war wieder eine Folge Let's Play Minecraft das schafft keine Wolle mehr aber daraufhin gibt es keinen Bock bis zu holen so unsere 14 Eisen noch fertig demnach bedanke ich mich fürs Zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Minecraft unseren ersten 64er Stack ja also Dankeschön fürs Zuschauen Rot davon im Kürbis da genau ich beende die Folge auf dem Kürbis tadaaa ja ich glaube der kann nix produzieren der sieht fertig aus eigentlich kann nix produzieren naja werden wir schon sehen ne du hast auch wieder voll schön also demnach Dankeschön fürs Zuschauen Black the LP sagt over and out und bis dann ne